Servus, grüß dich! Bist du schon wieder da? Ja. Wie geht's dir denn so? Oh gut, weil ich muss ja, hilft nix. Wie schaut's denn übrigens mit deinen Vorsätzen aus für dieses Jahr? Sehr gut, sehr gut, muss ich sagen. Vorsätze, sehr gut. Ich mach jetzt ja dieses Intervallfasten. Was, was, was? Intervallfasten. Was ist denn das? Ja, das ist, äh, da darfst du bloß 8 Stunden was zu dir nehmen und 16 Stunden halt nix, weißt? Dann nimmst du ab. Und das haltst du aus. Locker. Ich hab da einen Trick. Du musst in 8 Stunden so viel saufen, dass du 16 Stunden schläfst. Perfekt. Ja, da fahr ich.